so eine neue folge fortleute ich habe das team mit roadie und unser leon geht an und ja schauen wir mal aus was ist das ist gut yes let's do it wir sollen erst ins ts kommen wir kommen ins ts was deine hört auf zu tanzen meiner nicht warum und ich das hinbekomme und herzlichen glühstrumpf bro danke drück mal lieber bereit selbst leon hat schon bereit und ist gleichzeitig ins ts gekommen was bist du so ruhig wer leon ist so sehr ich bin immer ruhig ich bin immer ruhig ja ich habe jetzt auch meine ganzen abiklausuren hinter mir was weinst du was da manche abgegangen sind der panikanfälle und so ich sitze da so gemütlich mit 50 im raum trinkt meinen tee ich habe mir jedes mal so eine ganze teekanne mitgenommen immer wenn ich eingeschüttet habe alle zu mir umgedreht wie wir jetzt weggeballern alle dicke am zitter ich sitze da und trinke meinen tee ich kann mir das richtig bei dir vorstellen ja bei uns auch so nur ich trinke immer dann energy und kaffee ich hätte auch kaffee mitgenommen aber ich glaube dann wäre ich nicht mehr ganz so steh gewesen naja ich werde auch dann irgendwie erst zum ende hin werde ich nervös wer dann der energy richtig ball hat ich glaube was machst du da was stimmt nicht mit dir das frage ich mich auch ja das fragen wir uns auch noch die ganze youtube community fragt sich das wahrscheinlich ja was ablernen wenn du jetzt abgehst und ihren win master dann kannst du dich auf youtube sehen nachher ich habe schon meine aufgaben heute ja also kannst du abgehen jetzt was dann an die klausur nachher nein nein ich habe mich erstaunlicher weiter alle zwei zwiebeln zunehmen okay ein mit elf ein mittel und dann ist es gar nicht und das ist bitte das ist echt nicht wahr jetzt habe ich schon eine kiste hier oben und was kriege ich ein scharfschützen kann was war da schon wieder los mit dir ich soll irgendwie heute nur wichtig wegen mir ich bin schuld dass sie unterziehen ja alter was ich habe es gar nicht verdient ja ich habe so versucht ich wie viele sind da ja möchte ich auch direkt gefühlt hat er hätte mich sowas von auflegen können ja die leute können nicht immer die werden nervös nach einem kill oder so ach die seite auf dieser villa da gelassen die sind wie verflucht die mann der wurde halt direkt gechased oder können halt mal er ist halt vielleicht mit einer füße hat mich aber fast noch holt weil er dann also der loot könnte aufpassen ist ein tausend tauschen war sniper gegen granatwerfer eigentlich schlecht ich habe hier aber noch ein 50er slurp für den ganze mal holen warum der liegt ja dann kriegt den leon alt ich habe sechs kleine und einen großen hier liegen jetzt nehmen wir mal lieber die graue technik keine ahnung wo die anderen kameraden schnelle schufe ich habe mir ja alles klar jetzt ist die welt in heute ich möchte die pistole nicht auch mitnehmen ja ich war auch eigentlich ein ich muss immer noch zwei leute mit pistole killen auch so eine grüne shop kann ein auto hier ist eine mache ich das jetzt mal auf dem dann gebe ich leon gleich oder hier willst du das scharfschützen gehören oder ich gibts leon ja dann gibt es gleich leon und dann brauche ich eine pistole wo ist die pistole position kannst du mir geben ich habe selbst nicht viel irgendjemand ruft mich gerade an ich kann gerade nicht wo ist denn leon jetzt in der villa halter was machst du da hinten ich habe ihn noch gut die ist groß so hast du noch den slurp ja der schluss hier noch der der 50er der ist hier in dem haus neben dem nach oben neben diesem berg hier und ein häuschen dann würde ich mir nämlich vier die op ein bisschen das war ein 50er der kann ja komm mal hier wer ruft denn jetzt an alter leute was ist denn hier los muss mal kurz telefonieren bin sofort da das geht nein mal nicht weil ich bin gerade hier am computer fährte jetzt ist nein ne noch nicht ich bin jetzt hoch und dann kam pokern und wollte eine runde mit mir spielen musst du so schreien und dann habe ich noch nicht geguckt was machst du jetzt mal ja ich spiele da ein bisschen mit vorken jetzt gerade welt rekord ködel in die ja ich sag dir gleich bescheid ne ne vergess ihn nicht alles klar mach ich kannst du gar nicht mehr auf später glaube glaube der ja wie sagt es das hier drunter ist das das ding aber ich würde mich hier nicht runter bauen sondern hier runter bauen ich meine was hat denn ich irgendwann als sniper und jagd gemacht ja hast du eine pistole ich brauche eine pistole ähm der villa lang welcher ja witzig ich glaub doch jetzt nie wieder in die villa ja egal pistole mach ich gleich abi ja hatten wir eigentlich die ähm für die grafikkarte installiert pcd brauchst du doch gar nicht natürlich haben wir das und danach hast du doch das deinstalliert ne das war ja nur dieses msi light da konnte ich nur die lichter um zu steuern wir haben die ganze grafikkarte also die ganze den treiber von der cd haben wir alles installiert du wolltest alles haben ja das läuft über nvidia oder nicht ja das läuft über nvidia aber du hast ja aber wenn du die msi karte hast oder die asus karte kriegst du ja immer noch software von denen damit du halt noch farbe ändern kannst oder noch keine ahnung irgendwelchen booster starten habe ich das richtig verstanden dass du deine sniper gegen eine pistol tauscht ja aber das ding ist ich glaube ich habe diese app nicht ich habe eine pistol nur so als info aber gut ja dann eine blaue msi gaming ja dann gib mir die pistol und leon komm mal hier hin ist doch ein sniper ja das habe ich ja gerade hier ja genau 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 jetzt muss ich aber erst mal auf leon warten sonst oder nimmst du die sniper hier mit da ist er schon kann ich jetzt download perfekt hast du munition oder brauchst noch ein bisschen munition ach 13 schuss das reicht jetzt brauchst du noch was ich habe ja weil hier es hört sich an als ob du die geradeausgebrüht ist ja ich hab die ausgebrütet junge musst du jetzt mal suchen das sagte hier hast du raketen noch ich brauche noch raketen wenn jemand hat jetzt habe ich habe sechs doch ich habe mich ich habe mich an bank wo kann was macht denn eine karte ist eine granate erforderung gar nichts deswegen ist aber ich habe diese msi gaming app aber die habe ich nicht in meinen ordner oder so hier können gegner sein ja ich sehe ich nicht wofür brauchst du sie denn jetzt damit ich meine auf ich will allgemein das mal austesten scheiße aber die da ist ein airdrop auf 120 auf geht's blauer automat verauft wir haben airdrop und jetzt ich will da einfach nur ein rocket launcher dann kriege ich aber den granaten ich werde wieder außen vor gelassen naja wolltest doch den autor und hä aber kommunisten goldes scharfschützengewehr oh man hab da denn da liegen lassen das blaue scharfschützengewehr und wohl nach der runde bin ich erst mal ein bisschen was jetzt mal eine stunde zurück alles gleich jetzt geht's alter jetzt geht's ab jetzt jetzt ausrasten weil das leben noch 17 mann das ist echt nicht viel wenn wir jetzt mal ein paar sehen würden damit wollen wir mal ein bisschen ausrassen ich wollte noch lkw einmal checken wie kann ich die ziehen sitzt jetzt gerade im bush ich auch aber die scheinen nicht mehr aktiv zu sein ne ne noch ein loot drop wo ist der da vor uns oh der ist weit weg ja was zu weit was ist denn hier gebaut worden meine Güte aber wo ist geht eigentlich boah hier bei bei tomato sind welche der baut sich gerade da hoch ich hab kein scharfschützengewehr ich kann seh nix junge das ist so klein du bist ein busche da ist er gerade rechts da geht er da springen die siehst du ja da geht er hoch jetzt hat sich zugenommen ja 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 man sieht's äh von 240 kommen auch welche drei leute oh ja oh ja das ist nicht gut müssen wir uns ein bisschen einbauen einbauen alter fuck you ey ich bin schon wieder ich komm schon wieder nicht rein ein niedergestreckt krass das ist gleich raus einer hat hit einer tot da oben ich push mal zwei haben hit zwei haben hit zwei haben hit nein kommt schnell hoch kommt schnell hoch ist nur noch einer gib ihn ja nice roi ich glaube das schießt dich irgendwann auch an habe ich post irgendwas nein ich hab noch check mal lieber ja ich kann grad nicht ich muss mich heilen geh mal lieber zu roli schnell ich bin ich bin okay ja ja ich sehe das gerade hier unten halt kurz vor eingang des tunnels da ist auch jede menge loot ja hier ist ein jump pad noch schnell mit jetzt ist das gut weg an den lichtern noch so halb ich habe hast du die falle gestellt ja ja habe ich okay ich habe auch ein jump pad ich muss sogar oh das war gerade ein sniperschuss wer baut sich hier ich baue gerade ich brauche nicht okay ich will wissen von wo wir gesnippt werden hier ist ja noch ein komm mal rüber ne wir werden von irgendwo gesnippt keine ahnung bin ich gleich schon raus ja hier bei mir wo ist er was heißt hier bei dir ich bin unten ich bin unter euch von 300 muss das kommen vom westen kommt das geht der auch da unten da unten direkt bei mir ist der jetzt baut sich jetzt rüber hat es wo ist der runtergefallen da idiot was für ein holzkopf alter ich will mir schnell da sein ich brauche leben alter hast du den kill gekriegt das ja habe ich ich habe den noch runter geschossen ich habe genauso drauf geballert alter ich habe 1300 schuss für die ar ich kann nichts mehr aufnehmen ich brauche raketen aber da kommt der nächste jawohl raketen habe ich ich brauche raketen wir sind immer noch in der zun ja er kann doch grad von das die der schütze ja irgendwo da irgendwo da auf jeden fall raketen schnell hier rein oh ja es bringt einer bei das die ist gerade in den krater gesprungen kannst du mir schnell die raketen geben ja ich sehe einen auf 105 105 der kommt da jetzt noch zu dir ok wieder hoch gehen ja hier tatsächlich hier kommt noch einer großartig wo hier bei mir über das hört mich zu wo musst du hier zu alter alter nachtmine richtig hart drauf die brüder wo sind die denn sogar getroffen der da oben hinter vorne noch der heide hinter vorne noch der heide hinter vorne noch der heide einer hat noch holst du mich schnell wieder der ist unten am baum gewesen irgendwo der kommt noch nicht Leon, pass auf, am baum ist noch einer oh der hä wo ist der 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 müsste irgendwo sein der ist schon 70 schnell da drauf und nice jungen nice sehr geil alter schön gemacht sehr schön brody wieviel kills hast du ich hab nur einen ich hab vier ich hab drei nice sehr geil ich hab den jungen mit seinem Kopf abgeschossen so Leute ich hoffe es hat euch gefallen war mega nice wieder epischer sieg ja ähm falls es euch gefallen hat liken und kommentieren und abonnieren nicht vergessen bis demnächst euer exasius ciao bis zum nächsten